Hi5, Lofa, Oerf und Wundermontor immer noch am Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Chris Soldat von In-Your-Face Gaming und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Projekt. Und zwar muss ich euch was erzählen. Ich saß neulich in der Bahn und da ist dann halt eine riesige Gruppe Kindergartenkinder mit ihren Betreuern eingestiegen. Eins dieser Kinder hieß tatsächlich Ahorn mit Vornamen. Ahorn, welcher unmoralische und böse Mensch will seinem Kind solche Qualen antun und es Ahorn nennen? Die ganzen Kinder waren zwar alle nur so drei, vier, fünf Jahre alt, also noch so ganz, ganz kleine, dass die halt noch nicht so auf die Idee kommen, den zu händeln. Aber wenn der in die Pubertät kommt, der Junge hat doch echt keine Chance, das zu überleben, ohne die ganze Zeit gehänselt zu werden, dass er Ahorn heißt. Und da habe ich mir überlegt, ich mache mal eine Serie über die kuriosesten, skurriesten und peinlichsten Vornamen. Ein Kollege von mir hat vor einiger Zeit so was ähnliches gemacht, nur mit Pornodarstellern. Ich will es mal mit richtigen Namen probieren. Ich hoffe, es ist von dieser Serie keiner beleidigt oder heißt von den Zuschauern so, wie halt diese Namen hier auftauchen werden. Ich habe so eine Seite im Internet gefunden. Ich werde sie auch euch unten verlinken, selbstverständlich, dass ihr euch selber nachlesen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Buchstaben A an. Es fängt sehr exotisch an und zwar mit Alderg, Absalom, Arhatius, Achilles. Wow, ein ziemlich klassischer Name, aber so würde ich mein Kind trotzdem nicht nennen. Adalbot, Adalfried, Adalwolf, Adeodatus, Agaton, Aegidius, Agimund, Agiluf, Alban, Alberich, Alfgard, Alkmund, Alto, Alvinus, Anastasius. Wow, meine Cousine heißt Anastasia. Arbogast, Arsenius, Artin, Athanasius, August. Warum nicht Augustus? Ja, das war der Buchstabe A. Klang ziemlich komisch teilweise, aber es waren auch einige klassische Namen, die auch aus der griechischen und römischen Mythologie bekannt sind dabei. Oder hat eine abgewandte Form davon. Also so bei den meisten Namen, die hier dabei waren beim Buchstaben A, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie vielleicht früher mal vor so ein paar hundert oder tausend Jahren normal klangen. Und hier der zweite meinetwegen Arsenius hieß, zum Beispiel bei den Römern oder so. Aber heutzutage würde einfach niemand sein Kind nennen in unserer heutigen Zeit, der halt irgendwie August heißt oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mit dem nächsten Buchstaben weiter. Bei B. Balderich, Bernfried, Billybald, Blasius. Der nennt sein Kind Blasius, oh Gott. Ist ja fast wie mit den Pornodarstellern hier. Bonifatz, Brinkfied und Boy. Ja, Boy ist, heißt halt Junge auf Englisch, super. Der war wohl jemand sehr kreativ unter den Engländern. Und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Buchstaben D für heute. Und da geht's los mit Dankwart, Deinhardt, Deodatus, Didi, Ditta, Dietwaldt, Donatius, Drago, Drevis. Gut, von den Namen habe ich bis jetzt noch keinen einzigen gehört. Aber Deinhardt klingt jetzt auch ziemlich obszön, wenn ich das zugeben darf. Also, Blasius Deinhardt könnte ein sehr passender Pornodarstellername sein, hier im deutschen Raum, finde ich. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Serie findet, soll ich sie weitermachen oder nicht. Ich habe mir gedacht, die ganze Zeit nur Commentaries oder Replays von Company of Heroes ist jetzt auch auf Dauer langweilig, deswegen mache ich mal was anderes. Wie würdet ihr euer Kind nennen oder wie nicht? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für skurrile und obszöne Namen kennt, die vielleicht der ein oder andere Mensch das Pech hat zu tragen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, bis zum nächsten Mal, euer Gritz oder Darts.